Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mad Gaming & Office mit dem Benz Hardware PC AMD Stage 0,5 für 1009,80 € und dem Benz Hardware PC Intel Stage 0,5 für 1089 €. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das ist ein ganz normales Gehäusebild, so wünsche ich mir das auch. Also entweder das System zeigen, wie es wirklich gebaut wird oder eben nur das Gehäuse. Das machen viele so. Dubaro macht das so. Agando hat manchmal Hardware da drin, die überhaupt nicht passt oder auch Hightech haben Sachen da drin, die nicht passen. Das finde ich völlig in Ordnung. Das ist okay. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5500. Der hat eine TDP von 65 Watt, sechs Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM DDR4. Das ist in der Preisklasse ein sehr, sehr häufig genommener Prozessor, weil der halt sehr günstig ist. Man sollte vermeiden, mit dem Prozessor zum Beispiel eine 6800 XT oder so zu befeuern, weil der limitiert dann schon. Bei diesen 1000-Euro-Systemen ist das okay. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, dieses System später mal aufzurüsten, zum Beispiel mit einer besseren Grafikkarte, geht zumindest auf ein 5600 X, wenn nicht sogar auf ein 5800 X, falls ihr streamen wollt. Streamen ist mit dem System möglich bei E-Sports-Titeln. AAA-Titel würde ich sein lassen und da müsst ihr dann sowieso über die Grafikkarte rendern. Ansonsten passt der Prozessor gut in die Systeme rein, das passt soweit. Und der kostet 109 € bei MineFactory. Das Mainboard ist ein MSI B550A Pro. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier kann ein SSD verbaut werden, hier vorne kann auch noch ein SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und hier unten habt ihr noch Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für eine Capture-Karte oder eine WLAN-Karte. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, USB 3.1, USB-Typ C haben wir auch mit dabei, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss. Die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier nicht benutzen, ihr zieht das Bild über die Grafikkarte. PS2-Anschluss ist auch mit dabei, den braucht ihr auch nicht. Das für alte Peripherie, alte Mäuse, Tastaturen und so weiter und ein Flash-Bios-Button. Was ich schon mal gut finde, ist ein Full-ATX-Board. Kein Micro-ATX-Gerotze, wie man es gerne mal sieht, das hatten wir letztes Mal sogar bei einem 1600-Euro-PC, ihr erinnert euch vielleicht bei dem alten Video, aber hier, das passt auf jeden Fall gut da rein. Wie gesagt, habt viele Erweiterungsmöglichkeiten, die euch bei Micro-ATX dann nicht so gegeben sind und das ist ein grundsolides Board in dieser Serie, gar keine Frage. Ist natürlich nicht jetzt so ein High-End-Board, könnt ihr aber auch bei 1000 Euro einfach nicht erwarten, das ist schon okay. Und das kostet 139 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Deepcool CC 560 Schwarz-Glasfenster. Das bringt vorne schon 320mm RGB-Lüfter mit und hinten im Heck ist auch noch einer drin, das heißt, der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Gerade bei so einem System, was jetzt nicht so viel Hitze produziert, ist es auf jeden Fall top, dass so viele Lüfter mit dabei sind. Hat auch eine Mesh-Front, das heißt, der Airflow passt auf jeden Fall und vom Platz her wird das schon reichen. Ob das vom Kabelmanagement so gut ist, weiß ich nicht. Kann euch aber vielleicht irgendwo egal sein, gerade bei dem Preispunkt, weil ihr kriegt das System ja sowieso fertig nach Hause. Wer guckt da schon hinten rein? Ist auf jeden Fall ein grundsolides Gehäuse, das kann man so machen. Und das kostet 54,89 Euro bei csvdirekt.de. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon EX 660, 8 GB. Wir wissen hier leider nicht, was wir genau bekommen. Die haben ja immer nur so eine gewisse Auswahl. Das ist aber bei vielen so. Dubaro macht auch ganz oft beliebige Hersteller. Wenn man was Festes haben will, muss man Aufpreis bezahlen. Ich habe jetzt einfach mal eine der günstigsten genommen auf dem Markt. Ich glaube, die günstigste wäre 295 Euro gewesen. Die kostet 299 Euro. Für Full-HD-Gaming ist die völlig ausreichend. Klar, AAA-Titel müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. WQHD wird mit der Karte schon ein bisschen schwieriger, kommt immer auf den Titel an. E-Sports reicht, also für Valorant und Counter-Strike und sowas. Klar, wollt ihr jetzt zum Beispiel Far Cry spielen, da müsst ihr schon ein bisschen quasi die Grafik runterdrehen, damit ihr gute FPS-Werte erreicht. Ist aber in der Preisklasse auch eine sehr gerne genommene Grafikkarte und das ist auch in Ordnung. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 299 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic Focus GX 550 Watt ATX 2.4. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. In der Preisklasse auch nicht selbstverständlich, dass sie vollmodular sind. 550 Watt reicht in dieser Preisklasse natürlich aus. Ihr könnt dann vielleicht hinterher noch eine 6700 XT zum Beispiel damit befeuern, aber dann würde ich schon auf ein anderes gehen. Aber hierfür auf jeden Fall eine gute Wahl, qualitativ auch völlig in Ordnung. Und das kostet 81,99 Euro bei Ebay über Alt-Computer. Der Arbeitsspeicher G-Skill Ripshows 5, 16 GB DDR4, 3200 MHz CL16. 16 GB, klar, in der Preisklasse muss auf jeden Fall sein. 3200 MHz finde ich ein bisschen schade, hätten ruhig 3600 MHz sein können, weil es ein Aufpreis von vielleicht 10 Euro oder so. Nichtsdestotrotz halten sie sich hier an die Spezifikation von AMD, was auch völlig in Ordnung ist. Und der kostet 61,29 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Silence M704 Pro.a RGB. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 180 Watt und RGB-Beleuchtung. Also das ist auf jeden Fall gut gewählt für diesen Prozessor. Der wird das sowieso nicht erreichen. Also der wird auf jeden Fall kühl bleiben und auch leise. Das ist völlig okay. Da könnt ihr sogar noch ein 5600 X mit betreiben. Auch gar kein Ding. Sollte man natürlich auf die Idee kommen, 5800 X zu nehmen, dann sollte man vielleicht sogar schon auf eine Wasserkühlung gehen, weil die Sau echt scheiße zu kühlen ist. Aber der 5500er, der wird halt überhaupt nicht gefordert. Auch nicht, was die TDP angeht. Und der Kühler, der reicht ganz dicke dafür aus. Und der kostet 34,02 Euro bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine Crucial P2 SSD 1TB M.2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1800 MB die Sekunde. Fürs Zocken völlig ausreichend. Wenn ihr jetzt natürlich täglich Daten hin und her schaufelt zwischen zwei SSDs, falls ihr zwei Stück habt, macht das schon was aus. Je nachdem, welche Lese- und Schreibraten die hat. Aber zum Reinzocken und vielleicht sogar Streamen reicht das einfach dicke. Das sage ich immer wieder in den Videos. Ihr braucht diese SSDs nicht, die da 3500 MB oder gar 7000 MB schaufeln. Die ist schon völlig in Ordnung. Ein Terabyte vor allen Dingen ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt viele Systeme auf dem Markt, gerade in diesem Preisbereich, die dann irgendwie nur eine 500 GB haben. Damit kommt er erstmal eine Weile aus. Und die kostet 74,80 Euro bei Mindfactory. Windows 10 Pro 64-Bit gibt es auch noch mit dabei. Bevor jetzt einer fragt, warum kein Windows 11? Ihr braucht es einfach nicht. Windows 10 reicht bei diesem Prozessor völlig aus, weil der keine Performance und Efficiency-Kerne hat, wie zum Beispiel ein 12600K von Intel. Ihr könnt aber Windows 10 später kostenfrei upgraden auf Windows 11, sofern ihr Bock darauf habt. Also auf jeden Fall eine gute Wahl, ist auch völlig in Ordnung. Und das kostet 28,42 Euro bei SK Computer Alsdorf. Was bei dem PC noch dazu kommt? Klar, Windows 10 installiert und aktiviert, Installation aller wichtigen Treiber, Update auf neueste Windows-Versionen sowie BIOS-Update. BIOS-Update ist nicht ganz selbstverständlich, machen nicht alle. Das ist schon mal cool. Einstellung der Lüfterkurve aller Lüfter für einen flüsterleisen Betrieb. Ja gut, das ist eine Sache von einer Minute. Im BIOS kann man das einstellen. Einstellen des XMP-Profiles machen die meisten Systemintegratoren auch. Also Dubaro, Crotus, Agando, die stellen das alle ein. Ein 24-Stunden-Stresstest, das ist schon was Besonderes. Das macht nicht jeder Systemintegrator. Einige machen es gar nicht, andere machen es 10 Minuten, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Aber 24 Stunden ist auf jeden Fall ein guter Wert. PC anschließend sofort loslegen. Ja, das tritt auf die meisten PCs zu, die Windows mit dabei haben. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und dann landen wir beim Gesamtpreis von 882,84 Euro. Das System soll kosten 1.009,80 Euro. Also circa 120 Euro fürs Zusammenbauen. Ist okay. In der Preisklasse ist das in Ordnung. Ich sag ja immer, mein Factory zum Beispiel nimmt 150 Euro fürs Zusammenbauen, egal welche Komponenten drin sind. Die nehmen hier 120. Ihr habt hier noch so ein paar Feinheiten mit dabei, wie den 24-Stunden-Stresstest und so. Das ist preislich völlig in Ordnung und auch in dem Preisbereich ein guter PC. Ein Terabyte-Speicher, 16 Gig, 3200 MHz. Gut, da hätte man ein bisschen mehr nehmen können, aber ist jetzt egal. Das ist schon ein guter PC. Gar keine Frage. Dann habe ich gestern mal Krotus angehauen und dem habe ich einfach diese Config von MadGaming mal geschickt und habe den mal gefragt, was kannst du da preislich machen? Er hat fast das gleiche System. Er hat einfach nur noch eine andere SSD genommen, die auch ein Terabyte hat. Und beim RAM hat er tatsächlich 3600 MHz genommen. Der Rest ist komplett gleich. Und da landen wir bei 990. Inwieweit euch das jetzt diese 19 Euro wert sind, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, wir haben hier einen 24-Stunden-Stresstest mit dabei. Diese Lüfterkurve, ich weiß gar nicht, ich glaube, Krotus macht auch die Lüfterkurve. Aber den Stresstest macht er auf jeden Fall nicht 24 Stunden. Wenn ihr da Wert drauflegt, dann nehmt diese 19 Euro noch in die Hand und kauft das System bei MadGaming. Ansonsten kauft es bei Krotus, ist ja völlig egal. Also abziehen tun euch beide Läden nicht. Das ist in Ordnung. Und dann haben wir hier jetzt noch den Benz-Hardware-PC Intel Stage 0,5. Also einfach nur die Intel-Variante davon für 1089 Euro. Wieder nur das Gehäusebild, das ist okay. Wir gehen da jetzt nicht so krass drauf ein, den mache ich im Schnelldurchlauf. Wir haben jetzt einfach nur ein Intel-System und zwar mit dem Intel Core i5-12400F. Ist die aktuelle Generation, könnt ihr später so noch upgraden auf den 12600K oder so, wenn ihr möchtet. Also der Sockel ist auf jeden Fall zukunftstauglich. Bei AMD mit dem 5500er könnt ihr natürlich auch noch bessere Prozessoren verbauen. Zum Beispiel 5800X, was ich ja eben schon gesagt habe. Aber AMD steht in den Startlöchern mit der 7000er-Serie. Inwieweit das noch zukunftsweisend ist, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall besser, was das angeht. Das Mainboard ist ein Gigabyte B660DS3H DDR4. Da bin ich nicht ganz von begeistert. Es ist Fullart X, das ist schon mal okay. Es hat aber oben keine gekühlten Spannungswandler, bin ich kein Freund von. Geht immer ein bisschen auf die Haltbarkeit. Ansonsten erweiterungstechnisch ist das soweit in Ordnung, gerade in dieser Preisklasse. Da kann man vielleicht auch diesen Abstrich machen mit den gekühlten Spannungswandlern. Aber inwieweit das dann ins Gewicht fällt. Ich hätte lieber das hier gesehen. Das wäre ein MSI Pro B660H DDR4. Wenn wir uns das angucken, das hat nämlich gekühlte Spannungswandler. Das kostet einfach nur ein Zwanni mehr. Hätte ich vielleicht lieber das genommen. Wir haben das gleiche Gehäuse, die gleiche Grafikkarte, das gleiche Netzteil, den gleichen RAM-Speicher, den gleichen CPU-Kühler, die gleiche SSD und eben auch wieder Windows 10 mit dabei. Dann haben wir hier auch das Endergebnis. Hier ist die Crucial SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landet ihr beim Gesamtpreis von 935,82 Euro. Das System soll kosten 1.089 Euro. Da seid ihr bei bummelig 150 Euro auch fürs Zusammenbauen. Das ist das gleiche, was Mindfactory auch nimmt. Und die machen keinen 24-Stunden-Stresstest. Also das ist auf jeden Fall preislich gesehen ein gutes System, auch von der Konfiguration her. Das Mainboard gefällt mir nicht so ganz. Auch der RAM, 3200 MHz, hätte man auch 3.6er nehmen können. Und auch hier hat Krotus noch ein Angebot gemacht. Also ich habe ihm einfach die Links geschickt. Er hat was zusammengestellt und dann quasi mir so angeboten. Das sind diese Custom-Gaming-PCs. Die könnt ihr auch nicht mehr umkonfigurieren. Und ihr kriegt die auch so nicht hin, wenn ihr die direkt bei ihm auf der Webpage konfiguriert. Die werden auf jeden Fall teurer. Das hat er jetzt wirklich nur gemacht, um vielleicht Mad Gaming zu unterbieten. Ich weiß es nicht genau. Aber hier haben wir auch den 12400F drin. Das gleiche Gehäuse. Hier haben wir allerdings das mit dem gekühlten Spannungswandeln. Das Board, was ich euch eben gezeigt habe, das MSI-Board. Die Grafikkarte ist die gleiche, 3600MHz RAM. Die SSD ist eine andere, aber auch 1TB. Das gleiche Netzteil, den gleichen CPU-Kühler und Windows 10 ist auch mit dabei. Hier steht auch noch Zusammenbau mit Kabelmanagement, Installation von Windows und Treibern, BIOS-Einstellungen, Leistungs- und Stabilitätstest, Lautstärkeoptimierung. Der Leistungs- und Stabilitätstest, der geht nicht 24 Stunden. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und der kostet halt 1070. Und der von Mad Gaming 1080. Man sieht, er wollte es irgendwo unterbieten. Er hat aber auch ein besseres Board drin und besseren RAM. Das muss man wirklich dazu sagen. Wo ihr jetzt kauft, ist relativ egal. Wie gesagt, da zieht euch keiner von ab. Weder Kratos noch Mad Gaming sind beides gute Angebote. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock auf ein 1000-Euro-System habt. Das sind eigentlich relativ gute, konfigurierte PCs. Sind ja auch von Ben's Hardware. Der kennt sich ja auch mit der ganzen Materie aus. Mit dem haben wir ja auch gestern noch ein bisschen drüber gesprochen. Auch, dass mir das Mainboard nicht so ganz gefällt. Aber so ist es jetzt halt. Aber ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also kann ich alles komplett empfehlen. Alle vier Stück, die wir jetzt hatten. Also die zwei von Kratos waren ja nur Alternativen, die gleich sind. Wenn man so möchte. Und wenn ihr wirklich interessiert seid bei einem 1000-Euro-System und ein bisschen mehr übrig habt, nehmt vielleicht die Intel-Variante. Da seid ihr zukunftstauglicher unterwegs. Die AMD-Variante, wie gesagt, läuft jetzt aus. Klar könnt ihr später noch erweitern mit einem 5800, 5900X oder ähnliches. Vielleicht dann das Mainboard tauschen. Ist wieder ein anderes Thema. Aber mit dem Intel-System fahrt ihr eigentlich relativ gut. Und das würde ich dann auch nehmen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen.